Ich glaube hier geht es ja später weiter, das lass einfach mal weitergehen, oder ich glaube hier kommt man später auch mal zurück. Ich kann dann hier weiter machen, das ist wohl die Versperrung, dass man gleich weiter hochkommt. Das nächste Obergeschoss. Oh, das wird mal weitergehen. Da haben wir alles gemacht hier. Wer sonst? Bluthafter, okay. Vielleicht lebe ich den erst dran. Das war der Versperrung, das gleich süß. Und doch wahrscheinlich. Wirst du mir bestimmt noch zeigen. Wie kämpft er mit der Ganela, du alte Schönheit? Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich den Namen habe vergessen. Ich fange von Sascha. Pipi, genau. Gab uns keine Ahnung. Äh, Donabits? Jo, das gefällt Pipi gar nicht. Das ist parallel gut. Oh. Ich habe schon ein unbauerndes Kloes besaust. Okay. Okay. Pikachu ist eingeschlafen, aber Pikachu zwingt sich direkt dazu aufzubewachen und keinem zuerst zu fahren. Ich hätte auch sonst noch einen Wecker dabei gehabt. Wie das schon. Aber Pipi ist erstmal weg. 252 Pipi. Schon bedeutet das mal wieder? Unser Punkt nur vor 22. Ich versuche aber die Slime. Ich halte mir so weit. Ich habe im Kopf schon wieder. Ich habe es wieder gestartet. Hör auf! Ich zeige es dir groß zu meinem Pipi. 1560 Puketada. Das ist total zu viel zu sein. Du musst doch unbedingt nicht beim den Pipi gehen mehr antreten. Du musst das sagen. Ja, hier können wir jetzt rein. Nu? Ja. Ja. Hier ist ein Bande. Oh man, sie sterben, gefällt mir nicht. Steuert ihr halt nicht. Astrina kamen vor dich raus. Was? Hallo? Cool. Ich hab schon wieder in Katara und da hinten mit einem schönen Donnerplatz. Wo sollen wir das mal machen? Oh, Scheibe. Genau, ich kann schnappen. Kann schon sein. Ich hab auch nicht recht. Ich hab auch nicht recht. Level 26. Ich hab jetzt einen Smash Shop. Aber ich hab ja gar nicht. Hm, okay. 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 Oh. Okay. Okay. Hör auf, dass sich die Enigma nicht gestört hat. 2900 Puppe Dollar und 5 Piper Balloon. Naja, ich hab dich ja nicht gewünscht. Also, ich muss auch nicht. Okay. Okay. Ich hab's zu kommen, mein Tanto. Okay. Okay. Also, item da. Ich geh trotzdem mal ein bisschen. Klapze, x Tempo. Ja, ich hab's zu kommen. Ich hab's zu kommen. Ich hab's zu kommen. Also, ich hab's zu kommen. Dario fällt hier raus. Tüft, tüft, tüft. Und, Smogor. Donner. Hups. Okay. Cool. Ah, 82. Ja, das direkt Level 29. Das weiß ich. Ah, was für ein Reihenfolge. 1080 pro Gunter und 3 pro Gebälle. Ist das jemand, den wir verpasst haben? Ja, ihn. Ach, dann haben wir ihn auch noch mit. Entschuldigung, ich möchte mich ein Auto verschlagen. Rollenspiel dabei geworden. Was? Hm. Wasser. Kokomo. Ja, schon. Donner kannst du auch so gut. Donner! Oh. Ganz fast überlegt. Natürlich sehr effektiv für Wasser. Ja. Na, weil er fast tot ist. Vielleicht er macht doch mal Schock. Okay. Na, um die andere an unsere Kräfte. Mhm. Ja. 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 Jetzt bestimmte Vorausschiff. Ja. Ja. Andere Mittel ich fordere dich heraus Oh Ja Erdattacken Die Schaufler sind halt gegen Elektron Da ist der Pokémon-Affektiv Wird 96 empfehlen Kedasch Für Texo Level 26 Texo versucht Drachen zu erinnern Was ist Drachen? Eine Drachen Schaufel, jetzt wird sich kapiert Ja, komm Eins, zwei und schwach Der Texo hat rau weit vergessen Und Drachen gut erlernt Jetzt ergreif ich nicht 756 Poco-Dollar und 3 Poco-Belle Ja, du hättest zu viel Geld dabei Hm Ah Ja 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 Was ist mit dir, Obi? Du musst zeigen und erst Glück heute ist doch nicht Ich werde darauf, dass ich bin Balthazar Ja Oh Wann Wann Oh na Ich glaube da Oh, ich kann 35 Wann Wann Oh, das ist ja schon. Ich glaube, ich muss das Pikachu machen. So, was ist mit Dornal? Ich bin ja garantiert, dass... Ich wüsste es. Schaudler. Das war nur der einzige Möglichkeit, gerade. Pterasuppens. Trotzdem, okay, das ist ja effektiv. Ich bin ja auch. Baut er uns hier, ne? Das ist halt so eine unnötig dumme Attacke. Du hast die Äther-Jotten-Tropelan, ne? Oh, ich bin nicht schlecht. Bruder! Was soll das? Hör doch einfach auf damit, Junge. Alter. Ist das nervig. Das wäre so nervig, der Gegner. Ich hätte das nicht mehr. Ich werde das nicht mehr nachdenken. Ich werde das nicht mehr nachdenken. Das ist das nicht mehr nachdenken. Oh, das ist ja so nervig. Oh, da hat er. Ich muss Glück mich heute verlassen. Ja, auch wenn es sehr nervig war, 4 Tonnen zu erinnern, dann Pokedollar und 3 Pokedollar. Erstmal... Ich muss erst mal zurückgehen. Der war nämlich wieder nervig geworden, natürlich. Schade. Hey. Yup, dann geht's. Oh, das ist Kuchenweiß, wenn ich nicht mehr attacken so. 10 Bucks. Ok, ok. Na, das können wir ja. Dann hat es halt ja Pikachu. Ja, schau kurz rein. Mhm. Sieht ihr was, ihr könnt hier noch ein Pokémon nehmen, das wird noch cool. Die Seite könnt ihr Pikachu nehmen, das ist gar viel rein. Das finde ich auch so cool, weil er passt. So, weiter geht's. So, das ist eine Ausnahme. Oh, ich habe es dann noch ein Bild. Und da ist das noch ein Bild. Und da ist das noch ein Bild. Und da ist das noch ein Bild. Das war's. So, was ich jetzt? Ich will jetzt mal das Item haben. Ein Riesenpilz. Cool. Okay, wir können hinkämpfen, wenn man sie anspricht. Oh no, fuck. Ich hab's. Oh, mach jetzt das eigentlich. Braucht doch eigentlich gar nichts. Na ja, Madonna. Ja, Pikachu. Was kannst du hier machen? Noch Madonna. Kann man immer mal zu die Papiere. Ja, geht doch. Okay. Oh, was für eine Warschau. Oh, okay. Deswegen auch dreimal maus, wie sie dreimal maus sie es hat. Donner. Das kann ich nicht überhören. Schöpfen. 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 Donner. Oh, ich habe schon gepackt, dass ich heute in Zeit erkennt. Billingate für uns. Extra. Donner. Mann. Ich fühle mich gerade verarscht, ne? Kannst du jetzt bitte mal dieses Mausi da weg machen? Danke, Pikachu. Mh. Andere. Mausch. Ruf auf Pokedore. 42 aufgehoben. Und 3 Pokébälle. Zähnenskrei Gänsel. Pokémon. Willst du auch mitmachen? Ja. Ich mache mit. Naila. Der hat nur eins. Natürlich hat er Pikachu. Aber wir wissen ja, was gegen Pikachu unterschiedlich ist. Ey, mein Pikachu ist cooler. Das ist geil, du mein. Schaufler. Da. Und mein Pikachu ist weg. Ach, die Attacke hätte eh nichts bei Pikachu benutzt. Das ist eh nur bei ihm weg. Du. Guck mal da. Ja. Ich glaube kein Pikachu. Ein Pikachu. Du siegen. Wo ist eine Attacke? Die Gänsel sich selber. Definitiv ist 23. Wie grau sind heute? Alle so niedlich. Ja, mit Pikachu ist auch niedrig. Fünfrat Pokébälle, andere Pokébälle. Fliegt mit denen. Hm. Natürlich will er was von uns. Und bei beiden Sachen ja gucken. Macht Spaß. Können wir uns trainieren? Ja. Ja. Natürlich will er was von uns. Und bei beiden Sachen ja gucken. Macht Spaß. Können wir uns trainieren? Ja. Ja. Wie krass. Das da. War auch schön. Da sieht immer пока ab. Da hat er auch offen sehen. Oh, ein Magnetilorier ist. Mit 14 exp. Ja. Warte auf was sind. Alles klar, es sieht aus, als sollte ich besser auf die Schulbank drücken. Und 80 Pokudollar und 3 Pokudollar. Na weiter. Gehen wir mal hier gucken. Was ist hier? Moment. Ich meine Arbeit doch nur immer sehr ernst nehmen würde. Ich habe zwar einen Durst, aber ich kann hier nicht weg. Ohne Interestee, das wäre es. Halt, hier laufen wir halt niemand durch. Okay, dann müssen wir durch die Höhle gehen. War schon fast klar. Das wäre jetzt so einfach, wenn wir da durchstiften. Unterführung. Hier Prismania City mit Lavendia. Das heißt, nach Prismania City geht es jetzt. In Prismania City wollen hier ein sehr schlafenes Pokémon. Das ist ein gewisses Einzelteil der Natur. Dann kann durchgehen. Eine Relaxung. Wir müssen wieder hier unten durch. Okay. Ah, durch die Unterführung. Ah, Pops X Trevor. Ein Kumpelswerkbeutel. Ähm, Kampftasche. Okay. Das gibt die... Andere von unserer Pokémon. Okay, cool. Vielleicht ist es mal hilfreich. Gibt es noch was? Schauen wir mal hin. Hex Abwehr. Okay. Der Einkommenszentrum im Prismania City ist praktisch. Du weißt wie ein Warnemann gebotert. Gehst du auch dort hin? Äh, ich gehe zum ersten Mal Prismania City. Also, OLR nicht. Geht's. Na ja jetzt sind wir erstmal. Verte7. Das ist ein Item. Elixir. Ja. Na klar ist die mit uns Käpt'n würden. Hey du hast mal hören wie viel. Ach ne, aber du schon gesammelt hast. 3. Ich habe da hier von 7 angehört. Olivia voll dich heraus. Was ist denn hier drin? Ich habe die anderen Raichu. Raichu ist immer noch süßer als Raichu. Mal schauen, zum Beispiel Raichu ist das Raichu. Oh, der Raichu fällt. Armus Raichu. Purgareichs Löwe 29. Dicti-Dicti. Ist doch eine Weiterentwicklung von Dicta. Moment mal. Ich glaube, das ist nicht effektiv gegen Dicti, oder? Ja. Ich wusste es. Und Dicti-Dicti-Dicti-Dicti-Dicti. Man sieht es gerade. Irgendwie wusste ich es. Irgendwie... Dampfe ich jetzt. Ja. Und pflanze jetzt dabei. Dicti-Dicti-Dicti-Dicti-Dicti-Dicti-Dicti-Dicti-Dicti-Dicti-Dicti-Dicti-Dicti-Dicti. Ich werde auch die Händler wechseln. Äh... Vorher waren wir mal ein bisschen mit den Tipps. Jetzt spielen wir da rein. Ich hab mal das sehr richtig genüß. Okay. Wir können mal ein bisschen schicken. Wir müssen so ein bisschen schicken. Hier oben ist die Robbe, okay. Ja, der ist auf dem Perpettiv gegen ihn. Stimmt, hier oben ist die Robbe. Und da meine ich jetzt Blut. Und das ist sehr gut. Nein, das ist nicht. Ich finde Wund. Es geht genau andersrum. Ich finde Wund. Ja, genau. Es geht genau andersrum. Ich hab nicht gefertigt. Es geht genau andersrum. Ich versuch mal drauf im Boot. Ja, aber... Was ist denn so ein Nervige? Hm, jetzt nimmt's das gar ein bisschen was. Komm, hoffentlich darfst du das noch mal machen. Nein, das ist jetzt ein Treff, das will ich da vorher. Ja. Na legen, Juh, aber wie tief ist das für ein Scheiß Diktys umgehalten? Schlinge. Hm. Steine. Nein. So. Ja. Ja, ja, ja. Das ist genau in dem Moment auch ein Gefreien hat. Sehr gerne gehört. Das ist der Stein natürlich gegen das auch. Ich weiß, Onyx, weil das wieder so ein Nervgegner ist. Komm, jetzt hauen wir um, es fehlt nicht mehr viel. Danke. Das ist wieder so ein Nervgegner, also wirklich. Manche sind echt nervig. Wie hat's erwartet? Zwei Tonnen, Acht Tonnen, Fugdollern und Fugdollern und Fugdollern. Ja, danke. Jetzt verpiss die aus meinen Augen wieder. Ich hasse diese Gegner. Ich glaube, ich hätte einfach mal nicht so viele Memoria-Cracker anbieten sollen. Nein, ich schaue jetzt eine Tasse Tee dazu. Man muss ja was tauchen können. Okay. Mit der Fall, ich habe zu dieser Weise allerdings durch. Da ist bloß wir dann, ne? Das ist die Stadt, ne? Ja...